Es bestätigt niemand. Einer ist schon tot. Geil. Wie kann man denn so schnell sterben? Hat der ein Glück. Die Schweine-Priester-Sau. Oh, 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 oh. Das war eng, ey. Geh mal zu, Rangsch. Dann geh mal zu, Rangsch. So. Dann kannst du ja durchgehen. Was haben wir hier? C-58. Fühlt mir schon mal besser. 7-1. Sichtkontakt. Hm. 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 Zeige Siegpunkt an. Schon gut. Ja. Wie er einfach nicht rutscht. Ah. Die Uhr tickt. Wer gibt dich zum Ziel? Wo ist er, Alter? Da hinten. Ja, wir machen das jetzt mal. Wir gehen jetzt mal dahin. Boah, er wirft es genau dahin. Oh, sportlich auf jeden Fall. Ich lasse die erstmal in Lockvogel spielen. Okay. So, ich habe ja so viel Kohle. Ich kann eigentlich nochmal ein zweites Loadout holen. Und nochmal eine Drohne. Ne, das sollst du mitnehmen. Farrah, die hat er jetzt wohl geklingelt. Ach, obwohl, die nehmen wir die Grau wieder mit. Und ich denke, ich fand die uns geil jetzt. Achtung, Drohnen Treibstoff ist knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Die werden hier gleich kommen. Ne, 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 mein Freundchen. Mein Teammate lässt sich mal schön in Ruhe. Feindlicher Operator, Bedrohung. Was macht denn Orangen-Schenk? Ich sag mal, der ist ja hier völlig, äh... Voll auf Jagd, der Typ, ey. Ist mir auch noch was übrig. Das Gas nähert sich dir. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Der Feind nähert sich. Scheiße, jetzt laufen die oben lang. Ich dachte, die laufen unten lang. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Wusst ich. Ich sehe den gerade auf der Map noch, das Arschloch. Kann den mal bitte jemand töten, ey? Schimmelt der auf dem Turm ja oben drauf, ey. Ja, was soll sonst sein? Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Die Kreise der Vorratsstationen wurden angepasst. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Feindlicher Operator im Einsatzgebiet. Achtung! Verbündeter Präzisionsluftschlag im Anschluss. Aufklärung ist unterwegs. Im Prinzip sind es ja alle da unten. Ach scheiße, ich hätte mir selbst wieder Erlegungen holen müssen. Radarsuche wird gestartet. Sichtkontakt. Achtung! Drohnen treibstoffe gesetzt. Der Schlussverkauf ist beendet. Alle Preise wieder normal. Das sind die Röstlichen 4. Ich guck mal, ob ich irgendwie von hier nochmal an die an komme. Warum? Vielleicht. Rechts! Das Gas kommt! Hab ein Spiel markiert! Wegpunkt markiert! nein er hat mich gesehen scheiße aufgeflogen aber lila hat überlebt ja auch mal gar nicht mehr haben wir doch schon alles gewonnen ihr mensch cool so geht doch wieder ein bisschen bergauf hier mal gucken vielleicht haben die bock noch eine runde zu zocken schauen wir mal